Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Viele Trainierende behaupten ja, Ernährung wäre wichtiger als Training. Ich sage dir, das stimmt nicht so ganz bzw. nicht und erkläre dir jetzt warum. Warum ich gerade gesagt habe, das stimmt nicht so ganz, ist, die Ernährung ist auf jeden Fall immer das Steuerelement, um eine Optimalform zu formen. Das heißt, wenn man jetzt wettkampfathletisch oder dergleichen und auf eine Wettkampfbühne möchte, ist es natürlich ein Muss, das zu optimieren, damit man runterkommt. Aber im Allgemeinen ist immer Training wichtiger wie die Ernährung. Aus folgendem Grund, wenn man nicht vernünftig trainiert und keine vernünftigen Reize setzt, kann nichts passieren. Also nützt es auch nichts, wenn ich mich optimal ernähre, aber im Training auf gut Deutsch nur Halbgas gebe. Und auch nochmal by the way, so vorneweg, wer vernünftig trainiert, kann auch nicht fett werden. Wenn man es schafft, gezielt Reize zu setzen, in einem ausgewogenen Maß zwischen Trainingseinheit, Reizsetzung und Regeneration, kann man nicht fett werden. Und das ist auch wirklich so, das habe ich über die Jahre in meinen ganzen Erfahrungen auch nirgendwo anders erlebt. Und alles andere sind quasi in Anführungsstrichen Halbwahrheiten, die man so rausposaunt an die freie Masse, damit man auf gut Deutsch deren Faulheit ein bisschen rechtfertigen kann, nach dem Motto, der gibt eh nicht richtig Gas im Training, dann sagen wir jetzt halt zu ihm, ja Ernährung ist wichtiger und darum funktioniert es nicht. Und faktisch ist es einfach so, die Leute haben eigentlich noch nicht richtig gelernt, vernünftig zu trainieren und richtige Reize zu setzen. Und deswegen behauptet man eben öfters, Ernährung sei wichtiger wie Training. Entschuldigung für den Versprecher, aber es ist einfach so. Und wenn man das eben mal an eigenem Leib gespürt hat und auch ausprobiert hat und endlich mal richtig trainiert hat, wird man merken, hey, der Körper verzeiht einem auch mehr. Man kann auch öfter mal in Anführungsstrichen meine Pizza oder auch mal zu Meckes gehen. Das ist alles kein Problem. Man muss einfach richtig trainieren, vernünftige Reize setzen, vor allem mit Trainingssystemen Reize setzen, wo öfter noch einen guten Nachbrenneffekt hervorrufen, weil dann läuft quasi die Uhr im Nachhinein noch weiter. Also es gibt wirklich Systeme, wo einen sehr, sehr guten Nachbrenneffekt hervorrufen, der dann eben über längere Zeit konstant bleibt, circa 24 bis 48 Stunden oder auch länger, je nach Typ natürlich. Und da davon kann man profitieren. Und dann ist der Körper natürlich auch wesentlich gewillter, auch mal eine schlechtere Mahlzeit zu verzeihen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, hat man eine optimale, saubere Ernährung, unterstützt das insoweit alles, damit man natürlich schneller in eine Bestform kommt. Aber jetzt muss man halt immer wissen, wo möchte man hin? Geht es jetzt rein um Muskelaufbau, ist es natürlich sinnvoll, erstmal kalorisch sich abzudecken, genug Wasser in den Körper zu pressen, dass man einfach genug Energie zur Verfügung hat, damit der Körper überhaupt in den Regenerationsphasen einen Um- und Aufbau umwandeln kann, beziehungsweise dass das stattfinden kann. Und sollte das eben nicht der Fall sein, passiert das Gegenteil, man baut ab. Und deswegen lieber vernünftig trainieren, in Anführungsstrichen auch mal ein bisschen unsauberer essen und sich nicht komplett verrückt machen. Vor allem nicht noch die dünnen Männer, also meine Hauptzielgruppe, für die ich mich hauptsächlich interessiere. Weil es macht nicht wirklich Sinn, wenn man wieder kalorisch in einem Defizit ist, hauptsächlich hat sauber gegessen. Also lieber ein über ein Durst essen, lieber erlernen, vernünftig zu trainieren und es einfach zu verstehen. Und nicht immer den ganzen Hype dort draußen zu glauben. Weil was noch dazu kommt an dieser Aussage ist, es hängt natürlich ein extremes Marketing dahinter. Marketing insofern, dass man wieder neue Diätformen rausbringt und, und, und. wo man einfach wieder verkaufen kann. Und nichts anderes ist es. Und deswegen behauptet man das so, genauso wie die ehemalige Lüge, nach 18 Jahren keine Kohlehydrate mehr. Da kann ich euch auch sagen, das stimmt nicht. Esst mal vorm Schlafen gehen, lieber vernünftig, weil, wie schon gesagt, nachts findet der Umbau statt, beziehungsweise der Aufbau und die Regeneration. Und dort braucht der Körper Nährstoffe. Dort empfehle ich lieber eher morgendliches Fasten, wenn einer da irgendwie besser in Form kommen möchte. Und bei den meisten Leuten liegt so oder so eigentlich nur am Trinkverhalten. Die meisten trinken dann doch noch zu wenig, wenn sie nicht gescheit in Form kommen und haben einfach komische Wassereinlagerungen, weil sie einfach nicht vernünftig hydriert sind. Deswegen empfehle ich auch immer den dünnen Männern, schaut erst mal das euer Trinkverhalten. In Griff bekommt es von mindestens 3,5 bis 4 Liter als Mann. Das empfehle ich euch und wer das Ganze jetzt eben genauer wissen will, darum habe ich eben mein Hardcore-Muscle-Coaching entwickelt. Dort lehre ich eben meinen Coaching-Teilnehmern genau dieses, wie trainiere ich denn richtig, wie setze ich vernünftige Reize, wie passt das Ganze auch mit meinen Regenerationszyklen zusammen oder auch nicht, was für Möglichkeiten habe ich alles, in welche Richtung kann ich mich bewegen. und dann öffnen sich für die Leute meistens alle Tore und die begreifen ganz schnell, aha, da oben geht mir ein Licht auf, jetzt funktioniert das Ganze auf einmal wunderbar. Und ich führe die eben Schritt für Schritt ran in der direkten 1-zu-1-Betreuung. Und wen das jetzt eben genauer interessiert, tragt es euch gerne hier unten mal ein für eine kostenlose Strategie-Session. Ich freue mich auf eure Eintragungen und melde mich bei euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao!